Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Serie Kurz Erklärt. Heute geht es sich um das Thema Feuchtigkeit und Schimmel und wenn euch das interessiert, wie ihr es vermeiden könnt, was ihr dagegen tun könnt, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, danke schön für das dranbleiben und für das Interesse zeigen und wir legen auch direkt los. Jeder, der von uns ein offenes Becken hat, und das ist der Großteil, wird die Problematik haben mit Feuchtigkeit in den Räumen. Je nachdem, wie groß das Becken ist, haben wir unterschiedliche Mengen, die tagtäglich in unseren Raum, ich sag es mal, hereindiffundieren, beziehungsweise verdunsten durch Oberflächenbewegung und ähnliches. Und da haben wir ein schwerwiegendes Problem, weil wir haben grundsätzlich überall in den Räumen hier und da kältere Stellen, sogenannte Kältebrücken. Das sind meistens, ich sag es mal, entweder in der Nähe von Fenstern oder in den Ecken oben oder hinter den Möbeln, beziehungsweise das sind Stellen, wo halt nicht genug Luftzirkulation hinkommt. Jetzt ist es so, dass wenn wir das Aquarium aufstellen, müssen wir uns natürlich darüber auch Gedanken machen. Habe ich jetzt ein kleineres Becken, dann tut es, ich sag jetzt mal, regelmäßiges Lüften, ist das Beste, was man tun kann. Bei größeren Becken natürlich auch, da muss dann dementsprechend öfters gelüftet werden. Grundsätzlich gehe ich hin und lüfte zwei bis dreimal am Tag. In den Sommermonaten ist es jetzt nicht so schlimm gewesen, weil da hat man die Fenster sowieso regelmäßig auf, da hat man einen höheren Luftaustausch im gesamten Raum. Aber jetzt in den kühleren Monaten ist es natürlich so, dass wir, ich sag es mal, ganz ungern, je nachdem wie warm oder wie kalt es draußen ist, dieses Lüften machen. Viele gehen hin und sagen, ja, aber wenn man jetzt 10, 15 Minuten die Fenster auf hat, dann muss man ja dementsprechend auch wieder viel Energie aufbringen, um zu heizen. Ja, da habt ihr grundsätzlich mit Recht. Aber, wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, nur ein einfaches Aquarium da stehen habe, habe jetzt keine separate Abluft installiert oder einen Raumentfeuchter, kommen wir gleich auch nochmal kurz zu, dann muss ich gezwungenermaßen hingehen und tatsächlich lüften. Es gibt da keine andere Möglichkeit. Entweder ihr lüftet oder ihr kriegt Schimmel. Und wenn ihr Schimmel kriegt, dann habt ihr grundsätzlich ein Problem. Weil diese Schimmelsporen, beziehungsweise der Schimmelpilz an sich, gibt Gifte ab, die für unseren Körper kontraproduktiv sind, sag ich jetzt mal, als medizinischer Laie. Grundsätzlich ist es so, dass wir unterschiedlich auf Schimmelsporen reagieren. Und es ist nicht so, dass wenn man jetzt irgendwo eine dunkle Ecke hat, um Gottes Willen, jetzt muss man sofort was tun. Nein, da kann man sich ein kleines bisschen mit Zeit lassen, sollte natürlich aber zeitnah schauen, dass man den Schimmel entfernt. So früh und so schnell wie möglich einerseits. Aber gesundheitsschädlich ist er in der ersten Linie erstmal, also von der Zeit her, nicht. Er ist über längeren Zeitraum, merkt man dann die Symptome, dann kriegt man Kopfschmerzen, man wird schlapp. Andere Leute haben allergische Reaktionen. Und grundsätzlich ist es so, man kann zwar hingehen und Schimmeln mit, ich sag jetzt mal, handelsüblichen Sprays bekämpfen. Die sind dann hier auf Chlorbasis oder was auch immer, das wird eingesprüht. Der Pilz wird dann oberflächlich bekämpft und verschwindet dann erstmal. Und wenn man dann halt das entsprechende Raumklima vernünftig hält, dann kommt er auch erstmal nicht zurück. Grundsätzlich ist es aber so, wenn man einen richtigen Schimmelbefall hat und man hat Wände, wo die Sporen bis ins Gestein rein kann, dann hat man echt ein Problem. Ich hab's bei mir zum Beispiel so, ich hab meinen kompletten Raum unten mit Latexfarben, also sprich, die Wandfarben sind Latex. Das heißt, die Wände sind alle komplett versiegelt. Heißt unter anderem natürlich bei mir auch, ich muss definitiv öfters lüften, weil der Raum halt nicht so atmen kann, als wenn ich normale Farbe verwendet hätte. Das ist dann nun mal so. Im Umkehrschluss habe ich natürlich aber auch den Vorteil, dass überall da, wo die Farbe ist, sich kein Schimmel in die entsprechende Wand reinbohren kann. Zumindestens habe ich an den Stellen, wo ich selber Schimmel hatte, die entsprechende Probe aufs Exempel gemacht. Hab da entsprechend einen Ausschnitt gemacht und geprüft. Und ja, da war dann halt nichts drunter. Vorteil ist an dieser Latexfarbe halt, dass man dann einsprühen kann, das Ganze abwischen und dann ist das Thema erstmal durch. Hat man eine normale Wandfarbe genommen, normale Tapete, dann setzen die sich natürlich im Gestein etc. fest und dann wird's teuer. Dann muss man nämlich dementsprechend sanieren und diese Sanierung ist definitiv teurer als, ich sag jetzt mal, die leicht erhöhten Heizkosten, die man dann durch das Stoßlüften hat. Der nächste Punkt, den ich eben angesprochen habe, ist die Raumentfeuchter. Da gibt es unterschiedliche Geräte, sie sind dementsprechend auch unterschiedlich leistungsstark, brauchen aber auch eine ganze Menge an Strom und sind dazu nicht gerade formschön neben dem Aquarium oder im Raum. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man sowas einsetzt, dann kann man das vorübergehend einsetzen, wenn die Frau das duldet. Und ansonsten würde ich tatsächlich, ich persönlich, zum Lüften raten. Wir haben noch eine kleine Besonderheit. Es gibt ja auch genug Aquarien, die komplett eingekoffert sind. Also sprich, die bis zur Decke verschalt sind mit entsprechenden Sichtschutzplatten. Bei solchen Aquarien muss man zum Beispiel auch aufpassen. Gerade bei sowas muss im Vorfeld geplant werden, wo geht die Abluft hin. So, pumpe ich die jetzt ganz normal in den Raum rein, habe ich das gleiche Prinzip wie vorher. Ich habe die Feuchtigkeit definitiv im Raum drin und ich muss gucken, wie sie rauskommt. Sinnvoll ist es natürlich bei sowas, wenn man weiß, das Becken steht länger, da habe ich Spaß dran. Dann gehe ich hin und lasse eine Kernbohrung machen, die dann definitiv nach draußen geht und ich ziehe das Ganze dann direkt nach draußen. Die ganze Abluft direkt raus. Dann habe ich da natürlich das geringste Problem, weil einerseits habe ich natürlich darin Feuchtigkeit und zum Zweiten habe ich bei solchen Umwandlungen auch die Abwärme der Lampen. Je nachdem, welche Lampen installiert sind, kommt da richtig Hitze rein. Gerade wenn man jetzt hier mal die Hybridlampen nimmt mit T5 und LED, die bringen richtig Wärme. Und wenn man dann einen komplett abgeschlossenen Raum hat, dann heizt sich das da drin richtig auf und dann gibt es ein Top-Klima für die entsprechenden Schimmelpilzkulturen. Sollte man also dann auch im Vorfeld bei der Planung eines solchen Beckens, wenn man vorhat, das Ganze zu verkleiden, schauen, was mache ich mit der Abluft, wo geht sie hin, was habe ich für Möglichkeiten. So, und dann gibt es dann noch ein paar Kleinigkeiten zum Thema, warum verdunstet man Wasser, warum muss ich einen vernünftigen Gasaustausch haben. Das nochmal als Hintergrund, weil genau das ist wichtig bei uns in der Meerwasser-Aquaristik. Ich glaube, beim Süßwasser ist es nicht ganz so wichtig. Kriege ich wahrscheinlich jetzt Schelte für, ich bin nicht der Süßwasser-Aquarianer. Ich weiß, kenne mich mit Meerwasser aus. So, fertig. Grundsätzlich ist es so, dass wir über den Gasaustausch ein entsprechendes CO2-Sauerstoff-Milieu bei uns im Becken halten. Das ist wichtig, dass wir darüber dann auch unseren pH-Wert steuern können. Deshalb muss ein Gasaustausch beim Becken stattfinden. Wenn der nicht stattfindet, wie zum Beispiel, wenn man hingeht und das Becken vollständig abdeckt, Betonung liegt auch vollständig, dann kann dieser Gasaustausch nicht stattfinden, beziehungsweise es sammelt sich dann zwischen Wasseroberfläche und Glas, sammelt sich dann mehr CO2. Also es wird ja dementsprechend verbraucht, der Sauerstoff. Wir haben dann dazwischen CO2. Und das, was normalerweise dann rausgeht, ist im Endeffekt zwischen Glas und Aquarium eingeschlossen und wird wieder ins Wasser reingebracht. Und wenn wir CO2 ins Wasser reinbringen, dann sinkt unser pH-Wert. Und das ist natürlich eine Sache, die wir vermeiden sollten. Sobald der unter, ich sage jetzt mal, meine magische Grenze, die ich grundsätzlich versuche einzuhalten, ist eine 8. Wenn der dann unter 8 sinkt, dann merkt man es dementsprechend auch im Aquarium, die Korallen stehen nicht so gut. Die Gesamtbiologie ist nicht ganz so in Ordnung. Und deshalb sollte man immer darauf achten, dass man einen vernünftigen Gasaustausch hat. Auch jetzt nicht unbedingt bei abgedeckten Becken, sondern auch bei schlecht gelüfteten Räumen. Jetzt mal angenommen, ich habe jetzt noch nicht das Problem, dass ich irgendwo Schimmel habe oder beziehungsweise ich habe das Becken gleich im Sommer aufgestellt. Lüfte aber nicht so oft. So, dann habe ich die Feuchtigkeit zwar drin, die hat sich wahrscheinlich bei der Wärme noch nicht wirklich abgesetzt, weil wir diese Kältebrücken und diesen Wärmeunterschied nicht haben. Aber man kommt mit dem pH-Wert nicht hoch, weil das Becken natürlich, ich sage es immer, in einem schlecht gelüfteten Raum steht. Und somit der Gasaustausch, das verbrauchte, also das CO2 halt nicht ausgetauscht wird. Wir brauchen ein vernünftiges Sauerstoff-CO2-Verhältnis im Raum, weil durch unseren Abschäume ja dementsprechend das Gemisch ins Wasser eingebracht wird. Somit haben wir dann die entsprechende Verbindung im Wasser, die dann unseren pH-Wert so ein kleines bisschen steuert. Und das ist dann halt grundlegend für unser Hobby, beziehungsweise für auch unsere Wasserwerte. Und da muss man drauf achten. So, wenn wir jetzt aber hingehen und das so weiter betreiben, sinkt mein pH-Wert ab, dann bin ich meistens bei einer 7,5 bis vielleicht, wenn man Glück hat, eine 7,7. Das ist relativ schlecht. Und wenn es dann natürlich im Laufe des Jahres dann kälter wird, kriegt man vielleicht dann auch Probleme mit Feuchtigkeit. Sieht man meistens dann daran, wenn es dann, ich sage mal, über Nacht kälter wird. Man kommt in den Raum rein und man hat dann an den Fenstern wie so eine Art Beschlag dran. Und spätestens dann sollte man eigentlich merken, Junge, jetzt musst du aber mal gucken, dass du hier vernünftig lüftest oder für eine Entlüftung sorgst. Ich hatte gerade eben ja auch das Thema Abdeckung angesprochen. Jetzt kann man hingehen, so wie ich das mache, schon seit mehreren Jahren eigentlich. Ich gehe im Winter hin und decke mein Aquarium zu, ja, ich sage es mal, sechs Achteln ab. Das heißt, mein gesamtes Becken ist im Prinzip mit einer Plexiglasscheibe, die relativ dünn ist, abgedeckt. Und ich habe an einer Seite so viel Luft, dass ich dementsprechend einen Luftaustrag habe. Die andere Seite ist so ein kleines bisschen, ja, abgedeckt. Es kann halt Luft drunter zirkulieren. Das ist wichtig. Ja, wie schon gesagt, wenn man es komplett auflegt und dicht macht, dann kann das CO2 nicht raus. Es muss entweichen können. Es muss da weg können. Vorteil an der ganzen Sache ist, dass man weniger Wasserverdunstung hat. Aber es ist weiterhin gewährleistet, dass ein Gasaustausch stattfinden kann. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich kann meinen pH-Wert tatsächlich in dieser Zeit nur mit Atemkalk zwischen 8,0 und 8,3 bis 8,4 halten. Das ist auch Fakt. Also sprich, man merkt schon, sobald die Scheibe aufgelegt ist, ist der Gasaustausch nicht mehr so hundertprozentig. Er ist noch vorhanden. Ich habe meinen Wasserverbrauch um knapp zwei Drittel reduziert. Und dementsprechend habe ich natürlich auch weniger Wasser im Raum drin. Wichtig an der ganzen Sache ist, dass die Scheibe regelmäßig sauber gemacht wird von oben, weil da setzt sich Staub drauf ab. Wenn man eine entsprechende Beleuchtung hat, die Wärme einträgt, dann sollte man schauen, dass die ein bisschen mehr Power bringt oder vielleicht ein kleines bisschen tiefer gehangen wird. Weil diese Scheibe klaut einem natürlich auch ein bisschen an der Beleuchtungsstärke. Das merkt man dann im Endeffekt am Becken auch. Das Wachstum ist nicht mehr ganz so doll. Das heißt also, in dem Moment steigt mein pH-Wert an, weil die Korallen nicht mehr so viel aufnehmen. Und spätestens dann merke ich, okay, jetzt muss ich was an der Beleuchtungsstärke machen oder ich muss sie etwas tiefer hängen, die Lampe. Und ich muss natürlich dafür sorgen, dass die aufgelegte Scheibe immer vernünftig sauber ist, dass wir garantieren, dass dort das maximale Licht eingetragen werden kann. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dass man jetzt hingehen kann und sagt, okay, ich habe noch Reserven. Ich habe meine Lampe jetzt nicht auf 100% laufen, sondern ich kann sie dann meinetwegen um ein paar Prozent, 10, 20% mehr Leistung auf die Lampen drauf geben. Dann ist es definitiv okay. Also Leistungsreserve bei der Lampe und natürlich dafür sorgen, dass eine Belüftung stattfindet. Und ihr müsst definitiv den pH-Wert im Auge behalten. Ein pH-Meter ist da sehr sinnvoll. Ein einfaches, um einfach nur mal die Tür aufzumachen, zu gucken, wo haben wir sie jetzt. Oder wenn ihr, wie ich, einen KH-Keeper habt, dann habt ihr das natürlich auch mit in der App drin. Beim KH-Keeper Plus, da ist der pH-Wert spitz auf Knopf mit meiner pH-Sonde, die ich im Becken drin habe. Und wenn das alles gegeben ist, dann passt das soweit. Also ihr merkt selber, es ist ein großes Zusammenspiel, was im Endeffekt, ja, ich sage es mal, mit der Feuchtigkeit im Raum zu tun hat. Einerseits müssen wir natürlich schauen, dass sie raus bleibt. Allein schon, weil Schimmel gesundheitsschädlich ist. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, was da alles passieren kann. Schaut bei Tante Google, steht genug drin. Will ich jetzt auch so nicht weiter verbreiten. Und natürlich, die Gesamtbiologie im Becken ist bei einer schlechteren Belüftung oder bei einer schlechten Entlüftung auch beeinträchtigt. Das ist bei vielen Becken dann auch der Grund, warum sie vielleicht hier und da nicht ganz so gut laufen. Das sind dann alles so Sachen, die man beachten sollte. Also Fakt ist, wenn ihr merkt, ich habe beschlagene Scheiben oder mein Raum riecht muffig, solltet ihr vielleicht mal schauen, hinter den Möbeln oder in den Ecken, links oben oder in den Ecken oder so, da setzt sich der Schimmel meistens auch als erstes ab. Wenn ihr diese Anzeichen seht, müsst ihr definitiv handeln. Und ich denke, ich habe jetzt genug darüber erzählt. Solltet ihr noch Anmerkungen, Fragen oder Ähnliches haben, schreibt es mir runter in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Weimar. Ciao. Ciao.